Murmin News! Hallo, Moite von heute! Hier bin ich wieder, der Geriess Gwunder, mit den Murmin News. In ganz speziellen Zeiten. Rund um die Welt gibt es ein grosses Thema, das ist der Koge-Virus. Also, es ist eine grosse Sache hier und ihr habt jetzt im Moment gerade noch Ferien, die meisten von euch. Darum hier mal spezielle Murmin News. Zuerst möchte ich euch bekannt geben, wer das letzte Mal von den Murmin News diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und zwar ist das Julia und Robin Bichsel. Gratulation diesen beiden! Sie kommen in den nächsten Tagen von Murmin ein grosses Überraschungspack rüber. Und jetzt mein und Murmin sein neue Wettbewerb. Wir möchten gerne von euch wissen, was ihr in diesen Corona-Virus-Zeiten zuhause tut. Ob ihr Tipps habt für die anderen Kinder und Gespärchen, was sie so machen können, was sie unternehmen können. Jeden Tipp geben wir hier in den Murmin News bekannt und auch auf unserer Homepage. Jetzt könnt ihr uns einen Brief schreiben. Oder direkt in Murmin. Lieber Murmin. Und uns erzählen, wie ihr so den Alltag verbringt. Sie schickt den Brief an Murmin, Palmweevent GmbH, Wolfgruberstrasse 73 in 57 42 Kölliken. Ich habe vorher von unserer Website gesprochen. Von der Homepage. Murmin hat eine. Und die, und das können wir jetzt einblenden, das könnt ihr nachschauen, heisst Murmin.tv. Dort auf dieser Website findet ihr spannende Sachen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Zeit verbringen, indem ihr Murmin-Sendungen schaut. Nicht nur die, die jetzt gerade hier im Fernsehen laufen, sondern auch andere Sendungen. Wir haben dort ganz viele tolle Themen. Der Murmin im Briefzentrum, der Murmin zum Beispiel auf einer Baustelle oder Murmin als Pirat und so weiter und so fort. Geht schauen, es ist interessant. Es ist spannend und auch sehr lehrreich. Und wir werden neue Rubriken aufschalten auf dieser Homepage. Eben zum Beispiel mit Veranstaltungstypes zu Hause. Also was könnt ihr machen, wenn ihr zu Hause sitzt während dieser Corona-Zeit. Und abschliessen möchte ich die Murmin News nochmal mit dem kleinen Aufruf. Auch für Murmin und für mich sind das natürlich spezielle Zeiten. Weil wir würden gerne Sendungen drehen und euch zeigen. Aber es ist schwierig, Sendepartner zu finden. Wenn ihr oder eure Mami oder eure Papi jemanden wüsstet, die mit uns eine Sendung drehen würde zu irgendeinem Thema, dann teilt ihr uns doch das mitteilen. Ihr könnt es über unsere E-Mail-Adresse machen. Die heisst tommy-widmer.pamu-event.ch Oder ihr könnt uns telefonieren, was ihr wollt, oder auch einen Brief schreiben. Für jeden Tipp sind wir sehr dankbar. Eine solche Sendung kostet nicht viel Batzen. Aber sie erreicht viele Kinder und macht vielen eine Freude. So. Nächste Woche gibt es die nächsten Murmin News und auch die nächsten Murmin Abenteuer auf diesem Sender. Ich gebe dir ein Gewunder, ich bin sicher dabei. Ihr auch. Oder? Tja. Tja. Tja.